auf dem stockwerk voll mit albaner aber nette leute das ist für verwahrung da kommst du niemals mehr raus so ja das ist der herr vicari was soll ich in einer hochsicherheitstrakt ich habe mir mein ganzes leben fern gehalten von verbrechen und verbrecherischer leute was soll ich da die herr der herr vicari das kommt von dem der richter da wollte stadthalter werden kommt von dem vikari voranai das sind diese waren die untersuchungsrichter im mittelalter die den auftrag gegeben haben die frauen zu foltern und dieser typ ist noch ein nachfahrer von denen und über die generation über die jahrhunderte hinweg machte noch immer das gleiche ich habe mich immer fern gehalten von verbrechen sie wollen einfach die gefängnisse füllen und immer oft auf alte schlösser aber das waren ja die adelige dieses sark so wie ein sarkofag oder caesar der könig vom rom damit sie noch mal geld dran verdienen was ist zu groß moment drin zu wohnen und wir wissen ja dass eine zelle kostet mehr geld kann man viel mehr vermieden als der teuerste hotelsuit in in aller teuersten hotel also das ist eine riesen business und hier in der schweiz fahre ohne zentrum nummer eins der suisse sir isis oder schwester der isis so einen kurzen blick auf den emmental hier das sage ich immer aus meiner zelle aber jetzt bin ich raus und jetzt kann ich sie zeigen da was was hier dreht jetzt kommt jetzt kommen die konsequenzen und hier gab es bis 1978 noch sklavenkinder die verdenken also die kinder die nicht mal ein ding waren ja die super schweiz so also hier in kanton bern oberburg also wie sehen hier überall die sonne hier lief also wirklich ich bin da eine da eine dreieck der freimauere die wollen das verkaufen oder so graf riedi naja das ist von grafenried das ist ja klar ist altes behörden gebäude hier überall auf die andere seite ist auch noch voll das heißt wir sind schon hier im mittelalter vor allem war das ein sehr wichtiges zeichen das heißt hier kannst du anklopfen wenn du auch pharaonisch im bluten bist und wir machen sie fertig die europäer von innen hinaus wir werden uns hier organisieren macht das haus nicht kaputt in zeiten des krieges töten die menschen nicht und wir vermischen uns und wir sind nicht mehr zu erkennen sie nehmen alle schlüsselposition ein geheim zeichen also in einer zeit dass es noch kein telefon handy und internet gab sehr klug oder ok so da sind wir im burgdorf da sehen wir da die sonne hier auch liefer und die isis mit dem bündnis was sie trägt und dreieck der freimauere ja was willst du noch mehr im burgdorf vor dem mikro also geheim zeichen das heißt wir sind schon hier und ja das sind freimauere pharaonen die das hier besitzen das haus so noch immer im burgdorf man sieht hier drei hektar freimauere und die sonne hier auch liefer vertikal zweimal und noch mal so wir verstehen jetzt was es heißt das ist eher ein wohnhaus und vor allem so vor ein paar hundert jahre war das alles geheimzeichen ok ja das ist dann händelbank hier der obelisk mit knospe auf der bernstraße der hauptstraße und da unten ist noch der teufel da man sieht ja da ist er zwei hohen drauf in händelbank vor dem koop auf der hauptstraße obelisk mit brunneli der obelisk hat für den gott osiris und der brunnen für die gott in isis manchmal ist es dann auch ein fluss so wie die are ok das weibliche element ist das wasser und das männliche element ist der phallus oder der penis das symbol für ihre kriegsführung wir vermischen uns erstmal mit der lokalbevölkerung und nachher sind nach fünf generationen sind wir nicht mehr zu erkennen und bekämpfen unser feind von innen hinaus wie ein virus so machen sie das ist die gemeinde in händelbank ein ganz großes pharaonikav das ist wie eine pyramide hier das ist kein zufall wie die basis von einer pyramide jetzt gehen wir ein bisschen näher da ist der obelisk vor der gemeinde mit einer pyramide sogar darauf und das ist das dreieck der freimauer so wer regiert hier die schweizer vergisst es ja sie sind überall auf alle schlüsselpositionen und ja die bekämpfen uns von innen hinaus wie eine virus sie sind nicht mehr zu erkennen es gab hier damals die frau rissler ein voll pharaonin eine sozialarbeiterin und tja ok gut so was ist das für ein baum da da möchte ich nicht wohnen mit solchen bäumen und so ein wald aber wie kam für das neben der feuerwehr in händelbank obelisk mit der domination darauf überall auf schlüsselposition die feuerwehr hat früher war sicherlich etwas anders hier vielleicht eine kaserne so mit pferden und ross und so ja der feind im innern so ein schöner baum und die sonne die da durch sein ganz schön aber wir kamen nichts für das verstehe ich dann da wieder ein obelisk hier sind auch irgendwelche kirche daneben so eine ding obelisk mit welt domination und natürlich mit brünneli für die isis und die name schwitz kommt auch von die isis war früher war der schwiss wie ist schwester isis die schwester und nachher ist es dann schwitz geworden weil auf altdeutsch haben die s und die z ähnlich geschrieben und die templar die haben das dann swiss genannt erst mal die isis lesseur d'isis und 18 mai ist die letzte templar bastion gefallen nur zweieinhalb monate später im gleichen jahr 1291 erst august hat man die schweiz gegründet also die zeit um zurückzukommen in der schweiz und dann sind sie alles gold und reichtümer aus jerusalem und ägypten was sie da geholt haben haben sie da in der schweiz versteckt da in der innerschweiz wo für ganz viele grotten und bergen und wälder und flüsse und meere sehr gute verteidigen alles ist da wo es auch die familie von reading gibt mit zwei große obelisken vorm haus wahrscheinlich die älteste in der schweiz da so ein patricia haus und alles daneben der hauptstraße in hindelbank dieses aus 1780 da mit dem reiter das pferd darauf haben wir auch beim schloss spitz gesehen und das ist der obelis mit die vier elementen wasser feuer luft und erde sehr wichtig für den fahrer und mit die er domination das ziemlich renoviert also das ist die familie witschi die ganze hintergang regiert und sehr viel macht hat hier sind sind wir eine reine fahrer und ja jetzt sind wir hier beim schloss hindelbank jetzt ist ein frauengefängnis sind frau die werden niemals mehr rauskommen da sehen wir das dreieck mit ein templer kreuzer denn das dreieck der freimaurer und das auch eine art von sonnen hier auch lieferte auf diese feuer lade so vertikal ich hatte es noch nie gesehen hat in diesem stil so ein bisschen ja ein moderner schlag moderne touch darangegeben in ein in ein längst vergangenem zeitalter naja da gab es auch mal leute die modern sein wollten ja da sieht man der rest vom gefängnis da ist der tor ich gehe mal nicht näher daran weil die beobachtung sicher schon und in dieser diktatur wird man also bald verhaftet und nehmen die ja die den filmwerk und so sachen oder den chip oder die kassette dahinter man sieht das jetzt nicht ist dann der rest vom frauengefängnis auch darum geht es ja jetzt nicht ja noch mal so wie man das beim schloss torberg auch gesehen hat es bringt sehr enorm viel geld in die kasse der faraonen um ihre schlösser für einen wahnsinnig hohen preis da zu vermieten und es geht ja das ist mehr geld kostet eine zelle als das beste hotel ja obwohl die lebensqualität ist ja nicht so hoch natürlich ja so in der bank frauengefängnis ja das ist hier judenfriedhof in wangdorf in bern da mit all diese buchstaben hier hat es ein ganzes obeliskenwald wie in ägypten anwalt nationalrat auf schlüsselposition natürlich vor wie in ägypten hier das ist eine ganz interessante hier ganz alte das steht auch ganz schief mit alle so symbole da drauf da dahinter überall da noch mehr da wie eine freimauer loge mit dem dreieck der freimauer mit säule mit dem bündnis hier alles drauf und dran bloch sowie in blocher ja klar ja voll mit obelisken hier da noch eine riesen ding da überall wo man guckt links rund um da da noch und da ich glaube das ist der größte der stellt sein riesen ding tja und die jungen die sagen sie waren 430 jahre sklave 430 jahre lang sklave bei dieser faraon in ägypten die habe unsere kinder den schädel reingeschlagen tja also wieso setzen dann das symbol des feindes auf ihr grab sie lügen hier ist das beweist dass juden sind faron also nicht alle es ist sehr kompliziert es gibt faronische juden und hebräische juden die hebräer waren eigentlich das erste opfer von dieser faraon und weil die faraone sich immer unter sich vermischt haben ist durch diesen inzug das körper kaputt gegangen braucht es ein neues körper die kinder sind tot geboren worden spiegel befieder oft krumme rücken plattfüße und dann haben sie das volk der hebräer genommen 430 jahr lang kinder den schädel reingeschlagen steht alles in der bibel und männer in den in der sklaverei geführt und mit der frau haben sich vermischt und die kinder die aus dieser vermischung rausgekommen sind die in anspruch gekommen sind um das faraonische wissen aufzunehmen die hat man eingeweiht in der freimaurer tempel mit zwei obelisken also der jachin und der boas und so ist der faraonische geist gerettet worden und ist in den körper eines anderen volkes übergegangen nämlich diese hebräer und nachher sind sie mit dem gola oder gollut das ist hebräisch und heißt die diaspora über die ganze welt gekommen also das heißt es gibt die hebräer das war das erste opfer von dieser faraon und es geht diese faraone aber jetzt sind sie natürlich sie sind schwarz afrika schien chineser moslem sie können alles können alles sein ja wie eine kleine pyramide doch da drauf sie können alles sein also das heißt nicht ich glaube nicht alle juden sind böse es gibt nur diese faraonen und da kann man das wort juden eigentlich vergessen brauchen nur zu sagen faraone und ja wie das scheint in der sonne ich meine hier ist doch das beweist wenn das keine faraonen sind der obelisk ist wohl das allerwichtigste zeichen für diese faraonen die freimaurer die haben das natürlich auch übernommen das sind auch faraonen dieses wissen der faraone in sich tragen wie eine art von universität was sie wissen wenn ein volk auswandert dann wird es sehr leicht die würzeln verlieren was man schon bei türken jetzt sieht in der schweiz oder in deutschland die werden nicht mal als reine türken akzeptiert in ihr eigenes land oder da also es steht wirklich voll gepflanzt mit obelisken hier ja das sind keine einfache schäfer so wie sie sich vortun oder die plötzlich vom schäfer plötzlich überall obelisken pflanzen und so voll intelligent sein sind selten wird ein bauer oder ein schäfer so massiv und so alle zusammen werden so intelligent und haben plötzlich so viel macht das ist schlecht abzunehmen tja so noch mal die ganz große hier riesen dinge kommt sich vor wie in washington dc und aus dem wort gola oder gollut haben die freimaurer den g als geheimzeichen also und obelisk ist auch ein phallus symbol und damit das symbol für ihre kriegsführung das heißt ein wir vermischen uns erst nach fünf generationen sind wir nicht mehr zu erkennen und dann bekämpfen wir den feind von innen hinaus wie ein virus und wieder obetajert ist da das ist das symbol für die beschneidung weil juden und muslimer die haben das und afrikaner schwarzen sind fast alle beschnitten so wie die amerikaner 97 amerikaner sind beschnitten amerikaner das kommt alles von den pharaonen die beschneidung für frauen nennt man das auch die pharaonische infibulation exzision auf französisch dass man alles wegschneidet und so weiter und amerika das heißt a ist das wort für groß oder schwanger und schwanger ist nämlich groß mehr ist das wort für pyramide sowie mehr oder meri ist das wort für die sonne sowie der sonnengott re oder ra und die sonne ist auch das symbol für die wiedergeburt weil sie kommt jede 24 stunden wieder und k ist die seele wenn man lebt stirbt man dann wird es die bar darum gibt es die kaba diese heiligen stein in mecca wo die moslemen rumdrehen weil die seele ist ja am wichtigsten eine religion das leben zählt nicht und wenn man auch alle daran zufüllen kriegt man kabbalah das ist kein zufall und wenn man amerika von rechts nach links liest denken die große obelista beim in washington dc dann heißt es die wiedergeburt große pyramide wird stattfindet wo unsere seele wohnen können und schau mal auf dem dollar da ist sie ja die große pyramide und schau mal was sie abziehen die scheiß amis die haben auch den zweiten weltkrieg finanziert wissen wir jetzt und die pharaonen waren so euphorisch und froh als sie die neue welt erobert hatten die haben alles mit k genannt also da wo unsere seele wohnen können california alaska canada north carolina south carolina kansas chicago jamaika hier gab es schon kasachstan kamer und afrika wie viel sonne afrika und dk kanarische insel korsika sie regieren hier und sie haben massiv viel beweise hinterlassen so wie das hier ja noch sehr interessant fällt mich auf dass mit dem steinchen hinlegen was wir übersehen so in der alle filme sowie schindlers liste und so weiter sieht man nur auf diese andere grabsteine da die obelisken haben es nicht man könnte sagen es gibt ja kein platz oben beim obelisk aber neben der an sowie hier zum beispiel da bei dem kleine obelisk ja auch neuer ist gibt es schon platz also das heißt schon irgendwie es gibt zwei arten von gebräuche und es könnte sein dass das die hebräer sind damit dem steinchen und die andere da da sind die pharaonen und ja sie haben auch messig probleme unter sich in israel ne ich kann ja also es ist das überlegen wert dass hier was ich da feststelle ich schaue noch mal ob ich ein obelisk finde mit steinchen neben daran wo dann rand ist ja gut naja hier hat es sehr das ist neuere teil schau mal die datum da 84 und so hier hat es sehr viele steinchen aber das heißt natürlich auch diese menschen leben noch und da wo all die obelisken stehen ist das ältere teil und ja da lebt ja niemand mehr da kommt niemand mehr wahrscheinlich das ist auch ein argument was man in auge halten muss da das bündnis da louisburg das bündnis die erdomination freimauer und dies ist noch etwas neuer also hier da 1938 da der freimauer ich weiß nicht welche daten 1936 keine steinchen aber das heißt es ist zu lange hier die kinder sind auch schon gestorben und die enkelkinder ist es ziemlich egal also dass die steinchen nicht bei den obelisken liegen hängt wo damit zusammen dass sie älter gebaut und vor längerer zeit gebaut wurden okay nach dem pharaonenfriedhof in wangdorf in bern mit allen obelisken sind wir noch immer in bern bei der kornhaus brücke von napoleon gebaut worden der liebte ägypten und hat 20 jahren bern regiert da kommen auch die bernburger kommen daher vier riesen obelisken da drauf mit dem dreieck der freimauer das bündnis alles neben der an sind da häuser mit die sonne hier auch liebte da immer das gleiche haus neben der kornhaus brücke überall die sonne hier liebte die wohnen nehmen da an diese frauen und sogar noch den kalch der hellige graal obendrauf das mit der knospe das heißt unsere saate ist hier ja und da ist dann noch mal der obelis da hinten im baum ja nichts mehr zu sehen so und hier noch mal beim haus ist ein brunnen mit dem dreieck der freimauer ok und da ist noch mal das haus hier mit dem obelisk alles drauf und dran noch immer die kornhaus brücke da haben wir da die das dreieck der freimauer hier mit dem kelch und alles jetzt hat man da ein gitter gebaut da hier über ein gitter dass man nichts abspringen kann da ist noch eine kirche auch in der arer voll mit obelisken da ja hier war ich dann da unten aus dem 2007 ein typ da genau auf diese seite da von der brücke gesprungen ist und fast auf ein kind und an diesem tag traf ich auch durch leuthard tja noch immer die kornhaus brücke ja sie reden darüber dass ein sturmgewehr so gefährlich ist und es wird völlig ausgenutzt politisch gesehen und mit einem kinderwagen posten mit dem kinderwagen sturmgewehr aber wenn jemand auf die brücke springt fast auf ein kind sind drittpersonen viel mehr gefährdet als wenn wenn ein typ das ruhig zu hause da sein herbeigesehntes ende erledigt da sehen sie das gitter endlich haben sie es gemacht wahrscheinlich weil ich darüber geschrieben habe und die leute hat das genau da wo die sonne hier auch lief ist das habe ich viel später gesehen alten berg jetzt ist ein türkische gebab laden von drogen geld finanziert worden dass sie da noch immer waschen natürlich da saß sie dann mit dem typ von mossad wahrscheinlich so wie eine gangster mit viele haare auf dem brust und der doris leuthard hat gesagt ich habe sie gesagt ich bin auf sie zugegangen ich habe gesagt sind sie frau bundesrätin ja ja hat sie gesagt und dann habe ich gesagt wissen sie dass ihre untertanen von der brücke springen müssen sie ganz kalt geworden und hat sie gesagt das ist nicht meine arbeit das geht mich nichts an tja so ist das und der typ hat versucht mich zu weg zu jagen zu intimidieren und so auf mafia art dass seine haare kamen aus der brust raus ist wirklich aus wie ein zuhalter immer die kornhaus brücke vier riesen obelisken von napoleon gebaut worden dahinter ist auch die freimaurer loge da hat es noch zwei und hier nebenan ist dann das safe house von mossad mit kamera und alles zu überwachten der schwenkt auch aus und so von amerikanischen juden geführt bekanntes zeichen und hierher kam der typ und dann wohl pharaon haben sehr oft viele haar auf der brust und hierher kam dann wahrscheinlich dieser typ der inkognito mit dem doris leuthard saß hier ein obelis kann altenberg an der are wenn wir rechts von kornhaus brücke richtung bären graben laufen hier in pharaone basis schweiz sind ja kein europäer die schweizer das wissen ja das eine knospe das heißt unser saates hier unsere nachkommen sind hier und wir regieren hier und haus nebenan kannst du anklopfen und so weiter oder ein penis ein phallus mit ein sperma drauf das symbol für ihre kriegsführung ja die schweizer haben die schweizer söldner die haben ganz europa terrorisiert über 100.000 schweizer söldner die haben in deutschland während dem 30 jährigen krieg mehr als eine millionen deutschen gebracht gemordet geplündert vergewältigt und alles haben sie hier in der schweiz geschleppt und ab dem ersten august müssten sie dann zurückkommen weil jeder war ein bauer damals und ja dann fing die ernte an und dann sind sie zurückgekommen voll beladen ihre pferde und esel vollbladen mit raubgut aus deutschland und frankreich und haben sie einmal in die luft geschossen mit dem musket und dann sind sie runter geströmt von den aus den bergen und haben den mord an den europäern ihre kinder gefeiert und das machen sie heutzutage noch mit viel feuerwerk und sie wissen es ja und dann später dann hat der schweizer söldner sein musket geputzt und eingeschmert mit schweine fett im schrank gestellt und nachher am 1 oktober ungefähr nach dem oktober feste nach der ernte weil jeder musste damals mithelfen natürlich gab keine traktoren sind sie wieder losgezogen in den nächsten reißlauf um europa zu terrorisieren und darum hat der schweizer mann hat noch immer sein sturmgewehr zu hause im im schrank das ist eine reine söldner tradition und jetzt machen sie natürlich europa weiter zu stören mit den banken die ziehen sehr reiche menschen an und dadurch werden keine steuer mehr bezahlt in deutschland oder in frankreich und alles kommt auf dem rücken der ärmen und arm wird immer ärmer und reich wird immer reicher ja das machen die schweizer und erst jetzt kommt es auch auf sie zurück die raturkutsche wird groß armut kommen hier das ist hier bärengraben so eine art von schloss hier da ist der bär der tanzt aber das ist nicht wichtig das volk die masse die guckt da aber das ist nicht wichtig was wichtig ist ist hier da ist der obelisk beim bärengraben abschlüsselposition natürlich wieder mit der erdomination obendrauf und das bündnis bei dieser tücher und das ist die sonnige rückliefer so wie immer und überall tempel nation schweiz ok wir sind sie in der gerechtigkeitsgasse das ist frau justitia aus rom mit dem barken alles aber sie kommt eigentlich aus griechenland und hieß themis aber eigentlich kam sie aus ägypten und hieß maat und da kommt das wort makistrat kommt daher die beliebe denen ich wohne die haben das mehrmals zerstört es ist auch nicht mehr die echte und hier ist ein schild darauf da steht wahrscheinlich nach mutwilliger zerstörung durch kopie ersetzt 1988 wir haben sie ein paar mal haben sie mit dem traktor haben sich umgefahren und am letzten mal 1993 7 januar ist der junge andreas bader dabei ums leben gekommen aus meinem dorf in den freibergen gerechtigkeitsgasse in freimauer ja das noch mal maat und die gerechtigkeitsgasse und hier große pharaone präsenz hier die sonne hier rücklief auf der tür und hier am geschäft das heißt wenn ihr auch pharaone sind kauf eure sachen hier hier auch ein kräftiges casenoma in obelisk mit dem bündnis und der kelch und da ist das rathaus mit mehrmals abgebildet das rathaus in bern obelisken überall auf diese kirche und hier gegenüber in freimauer quartier ein sonnen hieroglief vertikal ganz altes holz das heißt kauf eure sachen hier ja jetzt einsummen brungasse da wohnte der blocher als er bundesrat war genau hier gegenüber wohnte der blocher obelisk mit sonnen hierogliefen und knospen ein sehr alter und gerade nebenan die große freimauer loge hier in bern wir haben auch die wohnung vermittelt wir haben überwacht ist die ganze zeit rein und raus gelaufen bei denen hat mehr verzeiht mehr zeit da verbracht als im bundeshaus da haus der union zwischen blocher und die loge drin das templerkreuz hier haben sie oft essen gegangen den kennen wir auch und die der letzte über die tempel kann man sagen das letzte der letzte kreuzzug war in 1291 und akkon die letzte bastion der templer ist am 18 mai gefallen nur zweieinhalb monate später also die zeit um zurückzukommen hat man am ersten august 1291 die schweiz gegründet und all dem raubgut gold und alles schätze aus jerusalem hat man gerade in die schweiz gebracht ja und dann schwenken wir und dann sehen wir wieder das da genau zwischen darin und darum haben die templer worauf die freimauer kommen die haben das teil hier in europa suisse genannt was sie hauptsächlich französisch gesprochen haben das war so englisch wie englisch jetzt und swiss ist eine abkürzung für süsser isis leser dieses und die allemann haben das dann schweiz genannt wie ist schwester isis die schwester der isis und nachher ist es schweiz geworden weil auf altdeutsch schreibt man die s und die z ähnlich und auf der münz in der schweiz 10 12 20 rappen und so sieht man überall die isis da drauf noch ein restaurant gegenüber von dieser loge zimmer mania bauen maurer und da oben ist eine art von sonnen hier rückliefer friedensnobelpreis ab und zu machen sie eine gute etwas gutes um für die name man nennt das harz in mainz die amerikanische armee macht das auch in irak die klauen alles öl aber sie geben ein paar kinder spritze und zum zahnbehandlung nach machen und da denkt das volk okay sie sind noch nicht so böse ja das sind die berner loge von der anderen seite was nichts mehr zu sagen so ja noch mal die kornhaus brücke von napoleon und da dreieck der freimaurer und hier auf dem kornhaus platz dreieck der freimaurer und das alles in der auge werden bewacht ja gerade gerade hinter dem kornhaus platz obelisken überall da auch neben der annau und da ist überall die isis und die sonnen hier rückliefer überall natürlich wieder behörden da in behörden post in bern verwaltungsgebäude predigergasse stadt bern die sonnen hier rückliefer die isis die sonnen hier liefer und der obelisk auf dem weissen hausplatz mit würdnis und erddomination neben dem käfig turm weissen hausplatz in bern hausplatz dreieck der freimaurer und polizeihauptkommissariat in der hauptstadt der schweiz in bern mit da oben da drauf dreieck der freimaurer und das alles in der auge werfen doll also gar im blau also wie reagiert die schweizer ja sogar im blau und blau ist lapis lazuli und blau und gold sind die farben der pharaonische königswürde sowie die maske von tutach amund man sieht auch da die welt domination da drin und da ist das bündnis tja also hier regieren die schweizer auf keinen fall es ist klar jetzt ja noch mal die isis dreimal grad und gegenüber ist foltergefängnis amtshaus wir sehen da diese dreiecke da von den freimauern obelesken zweimal die jachim unter boas das dreieck der freimaurer und zweimal die isis also hier werden menschen zu tode gefoltert mit o2t schon ganz viele menschen sind hier umgebracht worden und ja durch sauerstoffmangel o2 ist sauerstoff und der c ist tortur da überall die sonne hier auch liefer darf viereckig und da ist es rund da wo es rund ist ist auch eine runde boge und da wo dreieckig ist es eine dreiecke oben da mehrmals amtshaus da drauf wie ein tempel damit diese säule da oben steht noch mal amtshaus und durch den sauerstoffmangel in den zellen entsteht eine hypoxie das ist eine sauerstoffmangel in den geweben und dadurch wiederum entsteht eine glycolise das heißt der körper der organismus muss etwas zu verbrennen haben und weil da nicht genügend sauerstoff ist zu verbrennen fängt der organismus an spontan die eigene zucker zu verbrennen und entstehen milchsäure und dadurch entsteht eine laktatazidose der tödlich ist und ist der in guantanamo diese armen typen da in diesem orange kleider die werden auch vor der kamera gefoltert und das ist auch der grund dafür dass sie diese maske vor der nase haben die werden niemals genügend sauerstoff aufnehmen um ihr blut damit zu versorgen und die cia die sagt es ist so praktisch unser toll weil wir können überall im felde zu passen mit einer plastik tüte mit dem water boden der typ kommt aus dem wasser macht wird niemals genügend sauerstoff aufnehmen um sein blut damit zu versorgen und diese art von folter geht direkt auf dem kopf und es keine angst für eine herzattacke oder so etwas oder man nimmt eine ein und einfach ja das nochmal die isis von ägypten und der obelisk von amtshaus womit sauerstoff und mangel von sauerstoff gefoltert wird es nicht genügend luft da drin der macher vom film ist er auch schwer gefoltert worden ja o2t sauerstoffmangel die cia wenn es auch so praktisch mit ein bisschen klebeband plastik tüte oder wo zu boden ein eimer mit wasser kann man es locker zu passen überall also hier in bern heiligeis kirche gegenüber vom bahnhof in bern dreieck der freimauer und vier riesen obelisken da drauf da noch eine auf jede ecke und hier mit alles okkulte zeichen das machen obelisken eine kirche das kommt von dem priester von amun und unser wort amen kommt daher in diesem land des hasses wo die maleus maleficarum der hexen haben das handbuch war um die hexen zu verbrennen und das war ein schweizer buch von zwei schweizer heinrich kramer und jacobus sprenger von zwei schweizer ist es gemacht worden und noch mal ein übles zeichen in pharaonenland schweiz das alles in der augen in ein dreieck hier bei der kirchfeld brücke in große faraone tempel in bern mit obelisken neben der an zumal die faraone tempel in faraone stadt schweiz die ganz europa terrorisiert und kaputt gemacht haben das bündnis das allsehende auge werfen dollar in gold dreieck der freimauer obelisken neben der an mit das bündnis und erbomination der brunnen der ibisvogel von der faraone und da neben der an ist die botschaft vom vatikan noch mal die faraonen tempel das kommt hier aus schloss hindelbank städte darauf da sind auch die gleiche das wissen wir da ist die botschaft vom vatikan mit vier obelisken vor der tür zweimal jachim und zweimal boas die priester von amur da bei der botschaft vom vatikan das zeichen vom vatikan sogar eine art vom schweizer kreuz da drin fast tja ein kleines schloss priester von amun die 15 jahren menschen da getötet haben frauen verbrennt haben und unsere kinder ficken da die schule der teufel wohnt hier also hier in der tempelkapelle in spitz sieht man da oben das allsehende auge werfen dollar sogar in der dreieck das auge vom horus ach scheiße jetzt kommen sie da ist das kalimbo uns da der totenkopf von den templern und hier kommen dann auch die freimauer in august treffen sie sich hier auf den feiertagen geburtstagen von osiris und andere wir sehen auch da oben das tempelzeichen da was man auch auf dem alle panzer sieht und da in diese hinter dieser tür da da machen sie ihre schwarze messe diese tempel und wahrscheinlich kinder opfer die hier verschwinden verschwinden und so weiter da sieht man nochmals das tempelzeichen hier und hier noch mal auf dem boden da ist es noch mal ich ist es nicht zugänglich für den publikum hier hier in spitz da schauen wir noch sehen wir noch mal da der totenkopf skull and bones naja das ja grausam da noch immer in der kapelle in spitz noch mal das tempelzeichen und auf der anderen seite noch mal das tempelzeichen und das ist da die familie von grafenried glaube ich was da ich sehe es jetzt nicht mehr okay das tempelzeichen und da war das orgel der ober da mitten wir sehen ja auch diese typische runde form von einer tempelkapelle die sind immer so klein und rund und der letzte kreuzzug war auch in 1291 als die schweiz gegründet worden ist die letzte schlacht war die schlacht von akkon 18 mai 1291 die letzte templer bastion und nur zwölfe und eine halbe monate später haben sie die schweiz gegründet die zeit um zurückzukommen wo sie alle ihr gold aus jerusalem haben sie hier in der schweiz versteckt und darum haben sie auch die schweiz genannt sie ist so easy lessor dieses und es ist noch deutsch schweiz schwester ist es die schwester der isis geworden die schweiz mit dem man ganz europa kaputt gemacht hat da draußen hier ist auch die typische runde form eine tempelkapelle das ist die hinterseite und da der vorderseite typische tempelkapelle das ist der eingang von der tempelkapelle hier in spitz auf die andere seite ist das schloss mit da oben neben dem pferd noch mal das templer den templer v so wie der vivo victory von churchill das war kein zufall dass er das so machte und da ist es noch mal im wappen im gleichen schloss dann noch mal ganz klein da dass der templer v oder die spitz ganz klein gemacht wie ein kleines wappen so wichtig ist es sie und hier im wappen ist es noch mal da ja und hier im wappen da sieht man das gesicht ganz komisch hinter dem helm das visier vom helm ja hier bei dem ausgang sieht man noch die apisirogliefer könnte es sein aber es ist natürlich dieses templer der umgekehrte v und da irgendwie nur so ein faste winkel und der zirka so geheim zeichen die tür gekratzt und wenn man rauskommt dann sieht man da noch mal dass das zeichen mit dem templer kreuz drin und da typische templer kreuz mit einer w sowie w w w und das templer kreuz ist eine ausgeklappte pyramide in zweidimensional es kommt alles von den pharaonen da steht es hier schloss spiess um den jahr tausend das ist die zeit der kreuzzüge die zeit der templer der familie von strattlingen von bubenberg von erlach auch mit dem zeichen davon erlach von bubenberg hat auch ein bekanntes zeichen darin david stern ja tempel schloss und tempelkapelle in spitz wo sie noch die freimaurer treffen ja hier passieren hier werden ganz große verbrechen haben hier stattgefunden und werden auch noch geplant im sinne der welt domination ja bei der eingang oder ausgang sieht man auch das zeichen leider kann ich es jetzt sie sind daran bauen renovieren aber da unten ist fast gleich wie beim ausgang 7 da das templerkreuz war sein obelisk das symbol für die pharaonische domination mit die vier bälle da unter die vier elemente luft erde wasser und feuer das wasser das brünneli steht für die göttin isis und obelisk für die gott für den gott osiris und da haben wir den heiligen kelch oder den heiligen graal das heißt unsere unser blut ist hier und wir sind auch hier man sieht auch wieder das templer den templer v tempel spitze darauf und das bündnis dass da so das tuch verbinden eine verbindung ist alles kein zufall das sind alles geheim zeichen und zu zeigen wir sind hier und wir organisieren uns gegen die europäer von innen hinaus wie ein virus nochmals eingang da und da oben ist eine windfahne auch mit dem bekannte zeichen da man hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht eine der ich eingeweiht habe ja das hier sind wir in thun eine bank mit überall die sonne hier auch liefern natürlich eine bank schlüsselposition und da da haben wir die isis der krug ist kein schweizer krug das ist wie eine kanope sehr gut das kleid ist sehr ägyptisch und sie steht auf einem ball das symbol für die erddomination und eine schweizerin ein bäuerin würde einfach der milch kann unter dem arm nehmen und fertig wir legen erledigen das und da bei der buchhandlung talia ist der dreieck der freimaurer ist wie ein tempel mit den säulen und das halb geöffnete runde teil der da oben was auch auf dem tempel von salomon war jetzt sehen wir hier im thun da vorne da in ihrer pharaone kleid pharaone gewandt sieht aus wie die kalmirä der kalmirä schnitt oder der kleopatra schnitt das gesicht ist auch nicht schweizerisch voll pharaonisch und dann noch das dreieck hier ja das haus neben dran ist auch ziemlich verdächtig hier in thun zwei obelesken auf der brücke hier beim bahnhof in pharaonenstadt schweiz und hier noch einer ein riesen ding die jachim und der boas hier sind wir im schloss jegensdorf hier hatte der general giza sein hauptquartier unter anderem schloss jegensdorf mit da oben der graal oder der kelch mit knospen darauf unser saad ist hier in jegensdorf noch immer das ist die isis schauen wir die brüste da hallo isis darf die andere seite ist das schloss mit den graal oben drauf nochmal mit knospen und da ist das templerkreuz sowie und den templer zeichen mitten drin sowie ins schloss spitz und da unten ist natürlich das templerkreuz eine platt gefaltene pyramide und da sowie ins spitz und da haben wahrscheinlich die freie mauer gerade ein zusammentreffen hier isis ist am baden da und hier beim schloss jegensdorf noch immer eine art von david stern und ich habe das mal jemals gesehen und da haben wir den tote kopf freimauer symbol und da so eine art von adler da irgendwie noch sogar zwei toten kopfe da drin ich weiß nicht ganz komisch und sind die naselöcher heute ist irgendwie welches treffen findet hier platz auch leute aus ganz europa sehr komisch noch immerhin jegensdorf an der hauptstraße obelisk mit brunnen und die erd domination und ein komisches zeichen da da ist die heilige geistkirche in berne da ist die sonne hieroglyphe da vertikal auch noch mal die sonne hieroglyphe in ganz bestimmte form noch nie gesehen so sieht aus wie ein tempel da auch da warum so viel aufwand und das hier zu machen das tempelzeiten tja das hier ist amthaus frei brunnen oder schloss frei brunnen dafür dass es ein so genannt friedliches land sein sollte gibt es schon sehr viele schlösser als gegenüber gesetzte indizien dafür dass es wohl nicht so freund friedlich hier ist oder war und natürlich der obelisk mit knospe und die vier elemente und brunneli mit dem teufel ja und natürlich gibt es neben daran auch wieder ein gefängnis sowie das sehr viel geld aufbringt für die adelige ja und da in dieser zelle saß der macher vom film auf da 2004 als dank dafür dass er sich immer fern gehalten hat von kriminalität und kriminelle leute aber das ist ja die neue weltordnung wir wollen so viel wie möglich vom gefängnis wollen sie bauen und so viel wie möglich menschen da drin stecken die knospe fehlt auch nicht natürlich und hier wohnt auch der adolf ogie in fraubrunnen ich habe immer besucht das ist überhaupt nicht so ein netter mann wie sie wie er präsentiert wird seine frau auch nicht hinter gettern haben sie sich versteckt und ich habe ihm sagen wollen dass es menschenrechte dass ihr gefoltert wird und so weiter interessiert mich da hat alle hilfe von den medien um sich so schön und so nett zu präsentieren mit einem bezaubernden pharaonen lächeln und adolf ogie und seine frau haben die augen sehr nahe zueinander so wie der george bush der polanski der prinz charles haben sie oft die augen sehr nahe zueinander tja amthaus natürlich das ist auch wieder vom schloss haben sie ein amthaus gemacht früher war es die adeligen so die die macht haben jetzt haben sie noch immer aber sie nennen es amthaus und gerade noch ein gefängnis neben daran der dungeon auf englisch der kerker ist auch immer der ist auch immer da gewesen bei den adeligen ich würde sie nie vergeben dass sie mir in alle möglichen gefängnisse da geschleppt haben nur wegen politik und weil ich eine halbe seite in der basler zeitung mal geschrieben habe darum geht es um mein kind wegzunehmen 13 jahre terror ja ok noch einmal das schloss hier der sitz vom adolf ogie hier entschlossen greiert das sieht man wieder das tempel zeichen mit dem mond und die sterne und das wasser und da der schrank der sieht aus wie freimaurer tempel da unten das dreieck und so irgendwie oben oft aufgemacht das gab es auch in dem tempel von salomon anscheinend sehr komisch da der alte faraone dreiecke und kreise schloss grieer mal die super schwitz schau mal wir haben dann die burgherren da haben sie mit dem prima noctis und erst recht haben sie den ganzen bauernbevölkerung damals haben sie alle durchgevögelt beim ersten tag der heirat das erst recht überall ist das gehen von dieser faraone in der schweiz vor allem das tempel zeichen auf einem schrank also hier treffen sie sich dann noch die faraone von heute ganz sicher diese freimaurer macht sie ein schönes feuer tja auf diesem abscheuliche bild und die schwester der isis da die vermischung tun sie hier festlegen und da mit dem baby die sonne isis das sind ja so eine endbeete ne das ist die vermischung mit der lokalbevölkerung abscheuliches bild hier hier im schloss und das ist der teufel die eine seite der isis und das ist der teufel hier mit all diese männer da mit dem schwert die tot gebracht haben das sinnebild für die männer auch fürchterlich all die ketten fürchterlich kriege und vermischen art von templer kapelle hier drei hektar freimaurer mit obelisk und alles drauf überall auch hier in kriere wie ein tempel noch mal obelisk ganz klein mit dieser säule das bündnis das die isis mit dem baby hier in zollikhofer freimaurer loge länder länder die revolution gemacht habe mit einer riesen antenne da drauf die kümmern sich wohl keinen dreck da drum dass kinder neben daran nicht mehr schlafen können da und krank werden und es ist der gleiche baustil das werde ich nachher zeigen wie die mormonenkirche ebenfalls in zollikhofer aber die namen haben sie weg geholt nach meinem brief länder die namen haben sie weg geholt hier war da die der richter wikari aus mooseedorf war hier da wir haben fotografiert als sie hier dahin ging ja hier stand noch länder das haben sie weg geholt oje dann hat mein brief etwas bewährt ne ja und es ist dann auch länder die die revolution in frankreich gemacht haben und also das beweist diese antenne ist dass die kümmern sich kein kein dreck um unsere gesundheit da wo die macht ist steht noch eine antenne und schau mal das hässliche gebäude da ojejeje der tempel das ist die mormonenkirche hier in zollikhofer und es hat irgendwie den gleichen baustil wie komische sache gleiche baustil da wie der freimaurer tempel hier auch ebenfalls im zollikhofer sehr ähnliche baustil so hier sind wir im kannefelspark in basel kleine tempel haben sie hier gesetzt mit zwei säulen und da oben da darauf die sonne hieroglyphe oder maat mit den zwei flügeln wo das wort magistrat herkommt alles pharaonesachen mit die sonne in der mitte das ist maat da oben also hier noch immer im kannenfelspark hier in basel ist noch ein obelisk in diesem pharaonerland schweiz überall obelisken da ist die post hier in basel in der falknerstraße und das komische gebäude hier sieht man deutlich die winkel und die zirkel da hier in mutterns gibt es sehr viele obelisken da mit erbdomination sehr deutlich sichtbar und für die ises gibt es ein brunnen und ein wasserbecken hier bei der anwalt der herr adolf und die ganze straße ist voll mit diesen obelisken hier den einen nach dem anderen mit knospe drauf da mit brunnen und wahrscheinlich der schloss da ist auch voll damit und tja nochmals der herr anwalt allen straße unter ecke usserhof graben in hallau und was sehen wir da ganz in moderner stil ist das die sonne hier ruch liefer also das heißt hier wohnen pharaonen moderne pharaonen und bei dem nächsten krieg heißt das zerstör das haus nicht wir gehören dazu und töten diese leute nicht und wir machen sie fertig die europäer von innen hinaus wie ein virus also es wird noch gemacht heutzutage also ok so machen sie das da wohnen pharaonen ok und tschüss ja dann ist hier in hallau nochmal sehr deutlich die sonne hier ruch liefer zu sehen ich bin hier mal drei vielleicht fünf mal vorbei glaube ich habe noch nichts gesehen so einfach läuft man daran vorbei da das ist die sonne hier ruch liefer 18 93 dann haben sie das noch sehr viel gemacht und da oben ist natürlich die erddomination die wollen die ganze erde regieren und tun sie auch fast wie ein obelisk ein bisschen aber nicht ganz das hat noch gerade gefehlt ja aber da ist dann die sonne hier ruch liefer das weibliche element nochmal die sonne obwohl in der meise sprache ist es der le soleil und tschüss ja jetzt bin ich hier neu hause bei den trübol gebäude von thomas minder der emir haben hat mir gerade die adresse gegeben und was sehe ich es sind wieder alles die gleiche schau mal da haben wir die sonne hier ruch liefer und der dreieck überall das ist ein freimauer gebäude ein pharaonen gebäude und da haben wir triebol diese schlaue typen die haben und da auch dreieck und die sonne hier geliefert sogar im holz geritzt wie ein tempel schau mal mit dieser säule da wie ein tempel ja diese schlaue typen die haben einfach eine neue strategie die etwa vier fünf sechs schritte voraus aktiv wird das kannst du rechnen oder dass niemand anders auf diese abzocker initiative kommt und etwas macht wenn ich mich den typ ansehen dann bin ich mir sicher dass das auch so eine ist okay und tschüss tja da war ich dabei der triebol von dieser thomas minder gucken wir nochmal steht oft in der zeitung auch moment da triebol ja so es ist ganz einfach sie wissen es ist ein bedürfnis beim volk dass irgendjemand etwas tut und bevor jemand irgendetwas anders etwas tut dann setzen diese pharaonen und freimauer sich eine bewegung schon am kopf damit schließendlich nichts passiert das ist das ganze system und das ist das was hinter den thomas minder steckt an seinem gesicht außerhalb ein bisschen seine nase ist nicht zu sehen dass ein pharaon ist aber bekanntlich sind ja nichts mehr zu erkennen ich habe gerade mit ihm gesprochen ja keine zeit und es ist ja deutlich der will überhaupt nicht einmal darüber reden der weiß ja alles schon weil der ist ja eine von denen ich meine guck doch mal alles hier das ist ja eine von denen und mit dem nationalsozialismus mit nationalismus mit kommunismus ist es überall das gleiche gegangen es gab ein bedürfnis beim volk und das haben sie ganz schlau infiltriert oder gerade mal am anfang haben sie das auf die beine gesetzt so so ist das ok kapitel minder thomas minder schluss wir wissen jetzt sind das sind wir im schaffhausen im bahnhof pause nochmal versuchen das sind wir in schaffhausen neben bahnhof riesen obelisk vier elemente unter darauf brünneli für isis da ist es bahnhof schaffhausen da sbw so ein riesen obelisk die pyramide oben drauf und da ist da die berühmte turm mit lappi macht die auge auf steht da drüber der bloch hat es mehrmals erwähnt in seinem buch der kommt von mir als witz natürlich wenn niemand macht die augen auf und diese thomas minder wo ich vorher war der macht einfach sicher dass nichts durchkommt dass sie einfach weitermachen können und wie kann man das besser machen als gerade oben an eine am kopf einer organisation zu stehen die dafür sorgt genauso wie die justiz dafür sorgt dass es kein recht gibt und da war ich nochmal von anderer seite mit dem spur neben da an und neben diese obelisk da einfach runde sonne hier rückliefer ohne etwas da dahinter das auch niemals etwas da dahinter gewesen und natürlich die sonne hier rückliefer ja ja und tschüss jetzt laufen wir zu diesem turm gehen wir in die innestadt rein vielleicht können wir es jetzt schon lesen mit dem lappi lappi macht die auge auf naja wer macht dann die auge auf so und lappi ist da macht die auge auf lappi tut die augen auf mal besser gucken und tschüss ja Schaffhaus ist natürlich voll mit so Sachen ich denke alle ich bin ein normaler Tourist da habe ich Freimaurerzeichen im Judenstern Totenkopf das war schlecht überall die Sonne hier rückliefer natürlich wird ein Auto vorbeikommen da das komische Zeichen da und da haben wir die Sonne hier rückliefer im Dreieck dieses Haus ist wirklich voll unser Zeug ok eine ganze Reihe von Sonne hier rückliefer überall da 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 ist der große Tempel das komische Teil oben da drauf mit den Säulen und hier noch immer in Schaffhausen da ist überall das ganze Haus ist voll mit Sonne hier rückliefer überall überall ja es ist ziemlich bekannt noch jetzt sogar oben darauf ist eine ganze Reihe deutlich kann nicht sein Gerichtsgebäude in Schaffhausen und natürlich muss es da einen Sonne hier rückliefer haben geht nicht anders oder meint ihr sei Zufall so ihr Verbrecher wieder Thomas Minder so noch immer in Schaffhausen hinter die Bibliothek endlich mal wieder mein Rucksack darauf so ah darüber ging es überhaupt nicht so eine Pyramide wow wow da im Garten da bei dem Kloster oder so etwas ok andere Winkel hier da steht überall voll damit Obelisken Pyramiden da schöner Klostergarten so jetzt suchen wir da den Obelisk Mann ist wie Indiana Jones hier schau mal den Obelisk boah schau mal Indiana Jones hier auf Entdeckungsrei auf Entdeckungsrei so und tschüss Blätti bei Neuhaus tja hier in Bern bei Breiterein du denkst es ist eine einfache Schuhmacherei ganz einfache Schuhmacherei aber was sehen wir da die Sonne Hieroglyp auf der Tür ganz neu und das heißt ihr Pharaon kauft eure Schuhe hier alle sieben Zwerge im Bundeshaus kauft sie hier der Schuhmacher ist wohl kein Pharaon aber die von denen das gehört ist einer wie heißt die Name keine Name ok versteht ihr was ich meine ja hier sind wir gegenüber die Botschaft von Griechenland oben darauf haben wir das Freimaurer Zeichen der Dreieck und das ist Osiris und unten ist da die Isis so wie immer und da nochmal ein ganzes Bild und tschüss mal die Pharaonisch Show natürlich Wahnsinn mit in der Stadt ist aus dem Auto gezogen hier ja eigentlich hört ihr das in Bulle Show aber ich habe die Kassette noch nicht fertig so ist dann bei Pharaonisch Show schau mal Wahnsinn das ist ja eine ganz komische Sonne Hieroglyphe ich habe noch nie so eine gesehen in meiner Laufbahn als Pharaonischola so eine habe ich noch nie gesehen komisches Haus wow aber eindeutig ist es das ja und da oben keine Ahnung was ist so aber der Sonne Hieroglyphe ist sehr deutlich und tschüss hier in Bern da geht der Gustav der hat das Zeug dafür ich habe ihm erklärt und der sieht die Sache schon ja ja da haben wir es dann der Gustav hat es gesehen da da ist noch Sonne Hieroglyphe ja überall hier in wie heißt die Ortschaft hier? Ramses Ramses sind wir hier im Ramses ok wo bist du Gustav? da ok ich komme Gustav da sind wir ja bei der Auf bei der Tür beim Eingang und da ist ja wieder die Sonne hier Rückliefer ist das alles in den Augen da drin oder was ist das? komisches Ding das ist ganz alt und hier war immer auf eine Schlüsselposition geografisch dieses Mal keine politische Schlüsselposition so wie beim Bundesbehörden bei Behörden und so weiter aber eine geografische hier sind immer alle hier vorbeigekommen und das sehr zentral in der Gegend und hier organisieren wir uns gegen die Europäer und die ja hier in der Langgasse hier in Bern schau mal den Pharaonentempel hier an unglaublich da ist sie dann die Isis da Sonne Hieroglypfe hoppla immer das gleiche nochmal Sonne Hieroglypfe das ist hinter der Universität hier in Bern so die Isis ganze Tempel eine ganze Säule für sie und da sind occulte Zeichen da drauf ok und da vom Isis da schaut man einfach rum dann ist hier überall das Bündnis da Bündnis da Bündnis das ist ja klar wer da wohnt da noch mehr Bündnis ok überall das gehört dann den Pharaonen hier Geheimzeichen und da wo das Bündnis ist hier gucken wir da da oben der Dreieck der Freimaurer alles ist ja da in der Fassade hier sind wir dann da der See Lac Le Mans bei Lausanne aber was wichtig ist jetzt ist hier das Bundesgericht mit zwei Obelisken da zwischen diese zwei Typen das sind die die Diener die Männer auf beiden Seiten die Diener von der Isis und da sind die Schwester der Isis wie bei einem Olympischen Spieler der erste Platz ist in der Mitte und ist etwas höher schau mal die Brüste das ist ja eine Frau da auch alles Frauen so weit man noch von Frauen reden kann und da diese Gartenzwerge Schweizer Gartenzwerge neben da an da Mitte mit der Obeliske in der Mitte Palette de Justis Bundesgericht da sind die Verbrecher und was sehe ich dann da in Lausanne wow alles drauf und dran hier beim Bahnhof in Lausanne so hier bin ich in De Le Mans so eine schöne Brücke was machen die zwei nackten Homos da okay aber was wichtig ist ist da die Sonne Hieroglyphe überall und das Bündnis mit der Teufel nebendran also was es dann auch ist vielleicht ist die Isis sogar ist das wie ein Chineser ja und dann haben wir da auch nochmal das Symbol der Freimaurer da oben drauf diese Dreieck also es gibt es überall also hinter mich auch aber ich kann jetzt nicht filmen wegen der Sonne hinter mir okay also De Le Mans im Jura überall die Pharaonen so jetzt sind wir hier in De Le Mans oder Delsberg wo die jurassische Behörden sind man sieht sehr deutlich die Zeichen der Freimaurerei und also kurz die Pharaonen das runde Zeichen hier was man sehr oft sieht auf den Fassaden oder der Dreieck und das ist noch ein neues Gebäude also es lebt noch und da auch so jetzt gehe ich ein bisschen näher dran also das ist dann die andere Seite hier sehr deutlich das Zeichen der Templer auch oben drauf so wie im Schloss Spitz also verigert hier die Schweizer vergiss es doch La Tête de Moure den Mourenkopf so wie in Corsica und und eine riesen Obelisk richtig groß fürchterliches Ding das könnte sein dass es ein echt ist weil hier hat es eine sehr lange Geschichte eine alte Römerstadt ich denke dass Avance gibt es schon schon mal mehr als 2000 Jahre ja ja ok ok fürchterlich ja das Amphitheater von den Römern hier in Avance das Schloss und da der Obelisk alles zusammen also die sind schon lange hier und natürlich Cesar Sarkönig äh König vom Rom Sarkophag Sarkozy ja die sind schon lange hier die Römer waren auch die Pharaonen nicht das Volk aber die die Macht haben Wahnsinn hier in Avance der Eingang vom Schloss wie ein Pharaonen Tempel unglaublich mit dem Dreieck der Freimaurer da und da ist noch sogar der Totenkopf Skull and Bones der Freimaurer immer anwesend so ein Eingang ok sie sind so das sollte hier eine Tempelkapelle sein hier bei Fribourg bei in der Nähe von La Chapelle de Lorette der eine sagt es ist eine der andere sagt es ist nicht auf jeden Fall Symbole sind hier das Tempelkreuz ist hier mit die Nummer 13 komisch dann nochmal so 14 naja wieso denn und es heißt Notre Dame du Carmel Carmel das ist auch irgendwo da bei Jerusalem es gibt so einen israelischen Wein der heißt auch ja ob es dann eine Tempelkapelle ist oder nicht auf jeden Fall ist die Sonne Jeroglifa von den Pharaonen ist da die Schwester der Isis das habe ich noch nie in einer Kirche gesehen gut ja also hier in Zürich ist ganz deutlich zwei Obelisken da vorne komisches Gebäude und da stehen da noch zwei auf dem Dach mit Erddomination ganz dünn ganz dünn und ist ein komischer Tempel da da machen sie sicherlich auch zusammentreffen oder so sehr komisch es fängt an zu regnen so nochmal von der anderen Seite ah ja gut da oben drauf sieht man dass es zwei sind immer zwei und hier neben da an wieder ein Obelisk überall ich weiß nicht was drauf steht oder nichts so ja also hier bei den Schlöschlitreppen in St. Gallen da eine Art von Obelisken und da aber die schlimmsten die kommen dann hier da Wahnsinn zwei und das heißt hier wohnen die Pharaonen mit den vier Elementen und alles lateinische Freimaurer Sprüche müssen wir mal nachschauen Deo Meo im Vokabel ja Mach du Lust und da das Dreieck der Freimaurer klar also da wohnen sie die Pharaonen hier in St. Gallen in der also noch hier in St. Gallen Schlöschlitreppe dann haben wir da die Obelisken und ein Tempel hier mit Freimaurer Dreieck und das Bündnis alles drauf und dran das eventuell die Sonne hier auch noch und da wieder die zwei Obelisken von vorher hier in St. Gallen im Quartier Röteli und da auf der Tür die Dreieck der Freimaurer und die Sonne Hieroglyphe in eine ganz andere Form wieder weiß nicht was alles da drin ist wie eine Art von Tempel hier Zahnhalde naja Zahnhalde naja also noch immer hier im Quartier Röteli in St. Gallen überall Knospen da auf dem Dach das heißt hier geben wir so und so viel Nachkommen der Pharaonen das Saat ist hier bewacht von zwei Löwen ein Tier was nicht aus Europa kommt aber eher aus dieser Region des Mittleren Ostens und ein Merkmal der Könige und da ist die Sonne Hieroglyphe in einer Form die ich eigentlich noch nie gesehen habe es sind das Runde immer innen drin und die zwei Balken da also eigentlich ganz schön aber wenn man weiß was es bedeutet es ist weniger schön so ja grün hoch ja also hier in Rheinfelden Basel Land ist es glaube ich ist es voll mit Obelisken hier da steht einer da haben wir überall die Freimaurer Dreieck es ist nicht notwendig für die Konstruktion da oben hat es nichts es sind reine Erkennungsmerkmale Geheimzeichen macht das Haus nicht kaputt in Zeiten des Krieges und töten die Menschen nicht und wir machen sich fertig die Europäer und die Schweizer ja jetzt gehen wir da zum Hotel neben dran und gehen mal schauen was wir da sehen das Hotel heißt Schützen ich kann das auch anders zwei Art von Obelisken aber naja nicht ganz aber dann schauen wir nochmal auf die Fassade wir gehen da drin so da Schützen und das sehen wir da da ist dann ein kleiner Obeliskus Merkmal Kennzeichen hier in Rheinfelden ja hier sind wir dann im Worb laufen vor dieser Tigris spezielle Einheit Anti-Terror-Polizei aber von den Pharaonen und Tigris ist natürlich nicht von der Tiger aber von Tigris und Euphrat Babylon Ägypten Pharaonen Nebukadne Sar so wie Sar heißt König also das sind die Schweine sonst überall in der Schweiz manchmal noch größer gibt es ein Scheiterhaufen so wie das hier das wird dann am 1. August oder 31. Juli auf ihren Nationalfeiertag wird das da verbrennt und sie feiern damit den Mord an den Europäer und ihre Kinder weil die Maleus Maleficarum ist ein Buch was von zwei Schweizern geschrieben worden ist von Heinrich Kramer in Jakobus Sprenger das war ja eine Schweizer Idee der Hexenhammer ja und das mit dem 1. August das habe ich so nicht geklärt also den Scheiterhaufen am 1. August und die Schweizer wissen es noch sehr sehr gut das feiern sie dann den Mord an den Europäern also hier feiern die Schweizer also den Mord an den Europäern und ihre Kinder das ist den Scheiterhaufen das war eine Schweizer Idee das zu machen die Schwester der Isis also am 1. August 2010 jedes Jahr schrecklich ja und sie wissen es also den Scheiterhaufen hier symbolisch werden da die europäischen Frauen verbrennt also die Gute und die Böse die Schwester der Isis die machen das hier in Basel am Rhein dann haben wir da das Hotel Les Trois Rois alle Hoheiten und Pharaonen und sogar Napoleon III oder weißt du was der ist hier gekommen und da neben da an ist ein ein Schwimmbad oben auf dem Dach und es stehen vier riesen Obelisken aus Kupfer für wem denn wohl weil man kann sie nicht sehen von hier dass es Obelisken sind für wem haben sie dann diesen Aufwand gemacht das ist natürlich für diese Herrscher und Herrscherinnen die hier da im Schwimmbad rumplanschen damit sie sich so schön wie in Ägypten unter sich ganz weg von allen anderen wo nur diese zugelassen werden sich unterhalten können über die Unterwerfung Europas die Welt und ihre Kinder von hier nochmals man sieht es nicht also für wen haben sie dann gemacht für sich selber inside ok jetzt ist das da schönes Bild da wahrscheinlich die Bullen wieder überpräsent ja naja gut von dieser Seite sehen wir sie nochmal und wir sehen sehr gut da jetzt nach oben hier sieht man sehr gut dass es Obelisken sind sehr deutlich sehr deutlich sehr deutlich sehr deutlich hier in St. Leger ich bin hier hundertmal vorbeigekommen ich habe es niemals gesehen da beim Krankenhaus und da sind die Bullen die haben gern so eine Gitter und da ist ein Teil vom Krankenhaus da sieht man die Dreieckter Freimaurer überall und da überall die Sonne hier rückliefer also die Präsenz der Pharaone ist hier ganz 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 sichtbar so so Schützenstraße in Luzern und da gehen wir schauen was wir da sehen so das Schlimmste was ich je gesehen habe hier der Stab ist der Stab von Moses auch ein Phallus Symbol und damit machte er das Meer auf also der Pharaone und sein Heer sind verschwunden ins Meer der Völker und die Faust ist einfach wir machen eine Faust von innen hinaus der Feind im Inneren und der G ist vom Gola oder Golut das heißt Diaspora Geheimzeichen der Freimaurer und Pharaonen das Schlimmste hier habe ich das Schlimmste Gefühl was ich je gehabt habe also hier sind Kinder hier sind wir in Wieden Kanton Aargau drei Säulen da sind die drei Bergen von den Pharaonen von den Freimaurern wir haben das im Garten und wenn sie einmal Hilfe fragen wird einer umgesägt zweimal der zweite und beim dritten Mal wenn sie Hilfe fragen müssen sie sich umbringen denken wir an Uwe Bachschel Jonas Kennedy und so weiter das ist noch witzig das Schild hier oben das ist ein Dreieck Pharaonen und Freimaurer Symbol gerade da unter ist das Bild des Volkes die dreien im Kreis hier rum ja also das sind alles Eule da drauf hochgradiges Freimaurer Symbol der rote hat auch auf der Hinterseite und die andere nur auf einer Seite ja und da gibt man das Symbol von Schell ne der Muschel da auf der anderen Seite stehen sie auch auf dem Dach da haben wir das Dreieck der Freimaurer und Pharaonen K die Seele Sy Isis vielleicht auf der einen Seite stehen vier auf der anderen Seite drei und drei warum es gibt auch äh drei dunkle sowie da und vier weiße weil die Unterseite einer Pyramide hat vier Ecken und das sind die vier Elemente sehr wichtig für sie und auf der Seite eine Pyramide sowie das Dreieck da äh hat es drei Ecken und das äh symbolisiert die drei die religiöse Dreifaltigkeit also hier in Wieden bei Zürich in Kanton Aargau wirklich fürchterlich und das ist finanziert worden auf diese Bedingungen äh die haben das bezahlt haben an der Gemeinde ne unter dieser Bedingung da werden keine weiteren Angaben von den Spender angegeben ja verstehen wir es ist sicherlich noch mehr das Symbol liegt da dahinter aber ja das war's dann die Größe hat dann auf zwei Seiten äh eine Eule gut schauen wir noch von der anderen Seite hier so das ist etwa von der anderen Seite ja das ist Eule und der Eule soll ein Tier sein was in die Seele hineinschaut das ist auch das Symbol der der Psychiater und die Psychiater sind natürlich auch alles Pharaonen Seelenklempner ja ok ja und hier in Wieden war ich dann natürlich bei Dr. Brainsurfer auf Besuch der mein Film sehr der Hammer gewonnen hat ja also hier bin ich in Spiez eine Art von Kapelle äh mit so komischen Bilder da ein Herz hat ein Dolch ah ne das Herz hat ein Dolch und ein Stacheldraht und da IHS das sind ja Heilige oder Schweizer Scheinheilige und dieses Kräu dieses Bild hat mit der Dolch im anderen Herz und dann noch der Stacheldraht und da steht RIH mit so dem Winkel und dem Zirkel da ja da wieder zwei Schweizer Scheinheiliger da haben wir ein Hakenkreuz Mitte in der Schweiz in Schwyz wo die Schweiz angefangen hat hier hat das Ganze angefangen die Zerstörung Europas hier haben die Templer den Templerschatz gelassen und da sind die Freimauer draus geboren und die Schweizer Banken ja in eineinhalb Monaten nach dem Ende der Kreuzzüge also 1. August 1291 Hakenkreuz ich habe bewiesen im Buch dass das Hakenkreuz kommt von einer Pyramide so also hier bin ich bei der von Redinghaus richtiger Pharaone hier hat die Schweizer wirklich hier angefangen zwei Obelisken die Jachim und der Boas also das sind ohne Zweifel die älteste und erste Obelisken in der Schweiz sie standen hier schon vor 1291 schon denke ich als die Templer hier gekommen sind so von Reding die meist einflussreiche Familie hinter den Kulissen in der Schweiz nochmal hier für Eingang da das Schild Redinghaus wo es alles steht so und auf die andere Seite Pharaone Zeichen die ganze Wand ist voll hier ganz komische Zeichen da da ist die Innenstadt Dreieck der Freimaurer da wenn der Krieg kommt setzen sie diese Symbole zusammen mit der Sonne ihr Rückliefer vor allem über die Tür auf ihr Haus und werden sie überleben genauso wie die Juden in Israel bei den Pharaonen gemacht haben mit dem Blut Schafblut über die Tür alles Geheimsymbole noch mal vor dem von Redinghaus hier ich habe es befürchtet aber dann habe ich nicht mehr geguckt natürlich ist die Sonne Hieroglypfe da bei dem Brünneli bei dem Wasser setzen sie um Gottes Willen dieses Symbol über die Türe ihres Hauses bei dem Krieg der am kommen ist dann werden sie überleben oder die Schaf wenn nicht dann geht es ganz schnell und das Dreieck natürlich mit dieser Elektronik elektronische Daten und so Computer ist es nicht mehr das gleiche wie im Mittelalter aber immerhin ja so wie naja also hier sind wir genau da wo das wo das Elend anfing in der Schweiz hier mit den Templern das ist Staufacher sieht ja richtig europäisch aus das ist der Fürst Walddorf Fürst sieht auch so europäisch aus komisch das ist Anderhalden Arnold ja überall da die Sonniereoglypfe und da natürlich und da und da und da und da und da der hinter ganze Brünneli ist voll und da und da und drehe ich mich noch um natürlich ist da die Dreieck und da überall der Ursprung des Elends hier und da und da überall Dreieck mit Sonniereoglypfe und das hier ist gebaut worden oder gemalt worden von einem deutschen Ferdinand noch etwas in 1891 wurde das gemalt von einem deutschen Ferdinand also 600 Jahre später nach 600 Jahren kann man davon ausgehen dass das nicht mehr die richtigen Köpfe sind und ich habe die gemälde damals gesehen bei von Reding das war ein richtiger Pharaon das ist alles Verarschung so wie Wilhelm Tell das ist erst 100 Jahre alt hier also Ferdinand Wagner hieß er überall Sonniereoglypfe überall da auf dem Dach noch Dreieck der Freimauer da 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 überall voll die Tür ist wie ein Tempel der Eingang wie ein Pharaonentempel tja da überall das Neck plus Ultra das Mekka der Pharaon Schwitz und da ich weiß nicht ob ich sehe von hier das ist noch ein Hakenkreuz da drauf das ist auch nur so eine Art vom Hakenkreuz es ist voll damit und da natürlich wieder Sonniereoglypfe da machen sie das bitte auf ihr Haus aber erst warten wenn der Krieg anfängt kommt mal hier da die die Gründungsfahrt ne und da die andere Seite haben wir Isis ne das ja Isis und da haben wir Ma'at oder Temis Ma'at aus Yggotten da überall die Sonniereoglypfe naja es ist voll 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 da ist Märchen mit dem Wilhelm Thelda voll mit Hakenkreuz hier da hier haben wir nochmal ein Hakenkreuz hat jemand noch Fragen wir wissen wer hat die Nazis finanziert die Schweizer Banken und wer waren die Nazis das war dieses kriminelle Verein dieser Templer darum hat die Kirche sie auch geholfen die Nazis nachher nach Südamerika zu fliehen die hassen Europa hier die haben so viel Leid und so viele Toten gebracht und so viele Kinder unter Bomben das sind die Schweizer und das sind die Beweise dieses Kriminelle nochmal um weiter deutlich zu machen es ist zweimal die S auch drin das ist Isis man schreibt nur die Konsonenten und die SS natürlich es kommt alles von hier die Schweizer die hassen Europa und die Europäer und ihre Kinder die hassen die ganze Welt ist wirklich die haben ganz Europa zerstört diese Verbrechernation wir sehen hier in der Schweiz es lebt überall diese Idee überall ich brauche es fast nicht weiter zu kommentieren die Schufe der Schweiz also hier noch immer in Schwitz da wird es wieder ganz neu wird es hier gemacht das heißt wir sind hier in Sicherheit töte uns nicht unsere Frauen Kinder sind hier Sonnenplätze die Sonne Hieroglypfe ein Haufen Dreieckchen drin Architekt viel Kohle da komische Zeichen so dazwischendurch schimmert nochmal nochmal das Dreieck der Freimauer da ja so ganz neu wird es noch gemacht und gepflegt das heißt die Nachkommen die Nachfahren sind noch da und die tun noch immer das Gleiche es ist nicht schön das Ding hier es hat Geld gekostet es hat überhaupt keinen Sinn so viel Aufwand außerhalb man weiß es man ist eingeweiht und ich hoffe ihr seid hier eingeweiht jetzt ganz neu wird es noch gepflegt sehen sie ok hier im Zentrum wo den Mord an den Europäern angefangen hat mit diesen Templern aus Ägypten die Pharaonen ok und hier sind die Banken denn der Templerschatz haben sie erstmal hier hin gebracht also Ägypten aus Salomons Tempel in Jerusalem immer Raub da die Kirche speziell ein Dreieck drauf gemacht ich habe es vorher noch gezeigt wir wissen jetzt der Papst ist der Chef von einem Kinderficker Ring organisiertes Verbrechen und dieses Haus ist ja auch voll da ist es mal wieder viereckig da oben nochmal die Sonne hier auch geliefert und diese die ist ja echt eigenartig das ist alles die Sonne hier auch geliefert zweimal das Dreieck der Freimaurer ist echt alt echt sehr alt sehr speziell es ist eine enorm spezielle Ausstrahlung das Ding und das ist alles hinter dem Haus da von diesen drei sogenannten Gründungsväter das ist auch wieder viereckig so wie das Haus nebenan da rumt sehr speziell und das ist das ist das Haus der Gründungsväter auf die andere Seite da ich weiß nicht was es da noch oben drauf hat die Erddomination Krone also es reicht jetzt hier nochmal das von Redinghaus da mit diesen Obelisken hier die Kapelle hier da war eine ältere Einungskapelle diese Kapelle ist eine Templer Kapelle ohne Zweifel hat eine typische runde Form ein bisschen schmaler da am Ende und nochmal die drei schwachen da drei Bären jetzt schneit es einen Moment nicht nochmal das Swastika da das Hakenkreuz von diesen Schweizer Nazis hier und gehen wir mal rein hier das ist eine ganz kleine Kapelle mit einer typischen runden Templer Kapelle Form so wie in Spierz ich hatte es wenige Symbole muss ich sagen ja das Hakenkreuz ist nicht schlecht und da ist natürlich oben die Sonne Hieroglyphen ein bisschen anderer Form wieder und nochmal nochmal das Hakenkreuz das ist ja wichtig für sie scheint es hier da sehr wichtig für sie oder die zwei Esser Isis was haben wir sonst noch ah das alles in den Auge ganz klein nicht schlecht nochmal und da nochmal und da die Muschel die Shell also noch immer in Schwyz in dieser Templer Kapelle da gibt es einen Bericht von diesen Templern die sie auch unterschrieben haben da mit dem Templerkreuz was dann auch von den Pharaonen kommt von einer Pyramide in dieser sieht man es vielleicht weniger gut man hat es ein bisschen angepasst aber wer das weiß der ist denen ist es bekannt von woher das kommt der ausgeklappte Pyramide bei dem Kreuz der Papst oder ein normales Templerkreuz oder das Bundeswehrkreuz oder das eiserne Kreuz der Wehrmacht dann sieht man es viel besser auch also ein Bericht der Templer unterschrieben von den Templern selber hier in Schwyz in der Alte da ist die Fabrik von Victorinox mit dem bekannten Wappenschilder drauf von den Templern und hier in Schwyz natürlich da nochmal früher müssen sie da die Schwerter da herstellen für den Templern und die Rittern und natürlich die die Söldner die ganz Europa aus Schwyz vor allem terrorisiert haben hier war der Setz das war wahrscheinlich hier früher da und die Familie von Reding und und ja jetzt sind sie bekannt für ihre rostfreie kleine rote Messerchen mit den Templer Schildern darauf ja das ist noch immer die gleiche Tradition diese Familie Elsinger die haben wahrscheinlich sehr viel Macht hier in der Schwyz so das Templerkreuz da oben nochmal überall eine alte Tradition aus den Rittern und ihrer Schwerter die hier natürlich haben sie dieselbe hergestellt das Prinzip um diese schöne rostfreie Messer zu machen das haben sie das haben diese Schweizer wohl irgendwo geklaut so wie sie völlig aus Diebstahl und Betrug auf den Rest der Welt parasitären in dieser Mafia also hier sind wir in Köhne jetzt bei Bern richtiger Schickimicki Ding hier und hier sind ganz komische Sachen hier da im Boden die komisch blaue Leuchte am Abend es könnte ganz gut Scanner sein diejenigen die sich da eine Anti-Grippe-Impfung machen ließen mit einer Chip da drin die werden hier gescannt und es geht hier eigentlich um die Idee dass diese dass die Idee noch lebt heutzutage die Pharaonen sind hier Jachim und Boaz ganz neu gemacht worden die Idee lebt darum geht es dann noch hier es ist nicht tot es ist nicht aus einer Zeit aus dem 19. Jahrhundert dass ja dass das modern war oder in war oder eine die Idee lebt noch es ist also nichts irgendwelche architektonische Strömungen die in ein die beschränkt ist zu einem bestimmten Jahr äh Zeitalter äh es lebt noch immer noch ganz neu sind die gemacht worden vor nicht so lange Zeit hier äh da haben wir das Templerkreuz und da zwei Pyramiden äh naja kann Zufall sein aber ich glaube es eher nicht wenn die zwei Obelisken schon hier stehen es wurde gleich Architekt und genau hier haben wir dann diese Streife da noch es ist ganz komisch hier ähm hier Königs ist voll mit solchen Sachen es steht noch beim Schloss Königs hat es auch noch aber wir wissen schon genug ich habe keine Lust da dahin zu laufen noch dann gibt es das Wort Sar das heißt König in der Pharaonischsprache so wie in ein Sarcophag das ist eine Kiste um den König rein zu stecken wenn er tot ist das findet man zurück in das Wort César der König vom Rom das deutsche Wort Kaiser kommt etymologisch vom César Kaiser Kaiser geworden dann gibt es Salazar der Diktator in Portugal Nebukadnezar der König vom Babylon die Familie der Tsar ganz deutlich Familie Winsar aus England reine Pharaon Sarkozy der König von Frankreich das französische Wort Monsieur kommt vom Mont Sire und Sire heißt auch Sar mein König sehr höflich das englische Wort Sir Sire ja also hier sind wir in Biel überall die Dinge da eine Jachim und Boaz diese Dreiecke oben drauf Freimaurerzeichen das nächste dahinter also es ist speziell gemacht um sich einander zu erkennen und da gibt es das Wort Sar das heißt König auf Pharaonisch so wie in einem Sarcophag das ist in der Kiste um den König rein zu stecken wenn er tot ist das findet man zurück in das Wort Cäsar der König vom Rom das deutsche Wort Kaiser kommt etymologisch vom Cäsar Kaiser Kaiser geworden die Familie der Tsar ist ja deutlich dass es vom Sar kommt es gibt auch Sara Sara das ist die Königin Mutter der Juden oder der Pharaone lieber gesagt Sar ist König A ist schwanger oder groß die hat die ganze Königslinie geschwangert wahrscheinlich symbolisch dann gibt es Nebukadnezar der König von Babylon es gibt Salazar die schreckliche Diktator in Portugal es gibt Sarkozy der König von Frankreich der kommt von einer Königslinie aus Ungarn der hat keinen Tropfen Franzosenblut der da dann gibt es das Wort Monsieur das kommt von Montsire und Sire heißt auch Sar also das ist sehr höflich Hallo mein König Sie sind sehr groß jetzt sagt man Respekt dann gibt es dann gibt es die Familie Windsor reine Pharaone sie regieren nicht die Beweise sind da in den Gebäuden in den Symbolen in der Sprache überall ahja das habe ich vorher nicht gesehen es gibt da noch irgendwie ganz versteckte Sonniereglyfe auf eine ganz versteckte Art habe ich noch nie so gesehen Tja hier in Biel Artus naja klar also Biel ist voll da auch noch Biel ist echt ganz voll und was sehen wir da hier ist das die Präfektur in Biel wie heißt es Stadthalter ist hier da zwei Obelisken noch ein Obelisk Freimaurer Dreieck naja hier hat das alles Amtshaus ja genau nennen sie das hier ist voll da Polizei Tja und das Tier das Tier hatte sieben Hörner steht in der Offenbarung und zehn und zehn und zehn Köpfe ne das Tier hatte sieben Köpfe und zehn Hörner die Schweizer die haben sieben Köpfe und sieben Bundesräte die regieren und zehn Amter die sie unter sich verteilen Tja also die Schweiz ist das Tier die ganze Europa kaputt gemacht haben mit ihren Söldner mit ihren Banken die haben alle Kriege finanziert und noch das Tier hatte sieben Köpfe und zehn Hörner sieben Bundesräte die sieben die zehn Ämter unter sich verteilen und übrigens die 11. September das ist die allerhöchste Opfertag der Pharaone der heißt Enkutatatsch 9-11 zwei Obelisken von Yachim und ja und hier neben Arthus also gegenüber vom Amtshaus in Biel sieht man auch noch überall das Templerkreuz da eine und da eine also Biel ist voll wirklich voll 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 sind alles die gleiche ja da sehen wir noch das Amtshaus da mit der Obelisk ist es Yachim oder ist es Boaz also hier in Biel ist die Kirche und der ist voll mit Obelisken da zwei alles Pharaonesache hier voll mit Obelisken da noch eine da also richtig und da oben ist Obelisk mit Erddomination mit der Balda darauf da also da da und auch noch da es ist unglaublich die Priester von Amun und da schauen wir hier auf die andere Seite da der Graal da weiter ist ein Museum mit Sonne Hieroglyphe überall drauf man sieht das nicht so von hier Gebäude gegenüber ist auch irgendwelches Museum und da die Sonne Hieroglyphe da Toch?